Hallo meine Freunde und Minecraft-Freunde und Weltmein-3-Freunde. Ja, aber ich hab ihn langer gesagt, ich hab ja auch scheiße gemacht. Ähm, okay, äh, gehen wir anspielen. Ähm, wo hast du die CD? Hallo? Oh, ich will mal. Warte, 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 geht da. Da ist unser Bild von Reihilder. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ich das gehe. Mann. Aber wenn ich... Warte, warte, warte. Ist jedenfalls ein bis vier Spieler. Äh, ne, eins bis zwei Spieler. Sorry. Gut. Der hat den Startkuhl. Ähm, weil die auch überspringen kann. Ja, ich hab ein bisschen weitergespielt. Bin auch ganz schön weggekommen. Spielen. Ähm, spiel. Spielen. 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 Wie haben wir das Spiel eigentlich gemacht? Die 1,5 Prozent, die ich letztes Zweite gespielt habe. Äh, ja. Ich bin auch ganz schön weit gekommen. Es kommt, äh, nächst, äh, Fußball. Was kommt noch? Ich weiß nicht, oder? Einfach was hatten wir schon. Ja. Okay, ich hab mal eins gemacht. Äh, 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 von mir eins spiel ich lieber. Ich weiß mir lieber, ähm, ja. Da oben steht jetzt, äh, das englische, ich will keine entsprechen, weil es scheiß bei mir. Und ich werd extra. Ja. Ich geh extra. Ah. Eilichen. Für die. So, und da sind wir auch schon. So, oder? ich weiß nicht, dass meine Computer auch wieder ja was ist das? ja 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 Vielen Dank. Ja, so kann ich es nicht noch selbst tun. Ähm. Doppelsprung.